Herzlich Willkommen zu den Airline News Nummer 19. Mein Name ist Thomas Joop. Ich bin der Flugexperte von der Webseite fluggesellschaft.de und ich habe für euch heute knapp 25 Meldungen. Das ist wirklich eine ganze Menge aus dem November 2016. Da sind Streckeneröffnungen dabei, da sind aber auch mindestens zwei neue Fluggesellschaften dabei, von denen ihr vielleicht vorher noch nicht gehört habt. Also wer da jetzt keine Inspiration für den Winterurlaub oder Sommerurlaub 2017 findet, dem kann ich dann auch nicht mehr helfen. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel reden, sondern gleich ins Eingemachte gehen. Bis dann, bleibt dran. Wir starten im Frankenland und zwar vom Flughafen Nürnberg. Da geht es im Mai 2017 zweimal wöchentlich nach Parfos, das ist auf der schönen Insel Zypern im Mittelmeer, nach Dallaman, das ist die Türkei und nach Reykjavik, beziehungsweise Keflavik, Hauptstadt von Island. Eine neue Fluggesellschaft ist wie ein neues Leben, fast. Wir haben mehrere neue Fluggesellschaften. Die erste, die uns jetzt im November hier begegnet, ist die Vingo und die starten im nächsten Monat. Die Vingo ist in Kolumbien unterwegs und das wäre in Mittelamerika und in Südamerika. Schaut mal rein, wie man mit diesen fliegen kann. Ist ein günstig Flieger. Eine der Meldungen, die die größten Wellen im November 2016 geschlagen hat, das war das Ryanair 2 Flugzeuge am Frankfurt International Flughafen, also Fraport stationiert. Die sind ja eigentlich bekannt durch ihre Stationierung am Flughafen Hahn, den die selber als Frankfurt Hahn bezeichnen, der 100 Kilometer westlich von der Finanzmetropole ist. Und ja, jetzt haben die es geschafft, die Airportverantwortlichen so ein bisschen im Preis zu drücken und die fliegen jetzt von Frankfurt im Jahr 2017, das geht im März schon los, nach Palma, Alicante, Malaga, das ist alles Spanien und nach Faro und Portugal. Düsseldorf ist dabei, heute mehrfach wieder, diesmal mit der Ukraine International. Fünfmal wöchentlich an den Verkehrstagen, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag geht es da nach Kiew. Die Ukraine International nutzt dort die Embraer 190 Maschine, das ist ein Düsenjet oder die Boeing 737. Hamburg haben wir heute auch mehrfach dabei und das ist jetzt hier was Exotischeres. Es ist die Queshm Air, geschrieben Q-E-S-H-M-E-R und da geht es nach Tabriz, das ist in Ost-Azerbaidschan. Ich habe da noch nie von gehört und veröffentlicht hat diese Meldung exklusiv die Webseite Aviation Iran. Günstigflieger haben wir heute wieder dabei. Whiz Air, niemals müde neue Strecken bekannt zu geben und hier ist eine zweite Maschine stationiert worden in Krajowa und da gibt es einige neue Routen. Wir klicken mal rein, wo es da genau hingeht. Von Krajowa geht es nach Köln, wie wir hier sehen, in Cologne und Liverpool, England und Madrid in Spanien. Langstrecken-Fans kommen auf ihre Kosten und Dreamliner-Fans. Boeing 787 von Frankfurt nach Vancouver in Kanada ab Juni 2017 mit der guten Fluggesellschaft Air Canada. Wenn ihr da in Vancouver seid, könnt ihr von dort aus zum Beispiel rüber in die USA und dann die Westküste runterfahren bis Los Angeles, San Francisco oder wer ganz viel Zeit hat, bis nach San Diego. Das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Ja USA haben wir aber nicht nur mit Air Canada, so möglich nach Nordamerika. Da geht es eben auch mit der Condor ab Ende Juni. Die fliegen von Frankfurt nach Pittsburgh in Pennsylvania mit einer Boeing 767 Abflug ist nachmittags und die Ankunft in Deutschland ist morgens. Das sind dann so Nachtflüge. Das ist sehr angenehm, wenn man das Jetlag überwinden möchte. Ja USA Langstrecke gibt es nicht nur mit den guten Fluggesellschaften bzw. den als gut geltenden. Eurowings ist auch gut, aber gilt als Langstrecken-Billigflieger. Die sind in Köln-Bonn stationiert mit einem Airbus A330 und der fliegt jetzt auch nach Orlando. Das ist in Florida. Also für die Fans von den ganzen Vergnügungsparks Disneyland, Waterworld und wie sie alle heißen. Das ist also klasse, wenn man nach Orlando fliegt. Oder Seattle hatte ich eben schon erwähnt. Das ist im Südwesten der USA. Da kann man sich dann anschauen, ob der Herr Trump wirklich die Mauer nach Mexiko baut. Oh Politik wollte ich hier eigentlich nicht reinbringen. Die News Nummer 18, also die Vorgängerfolge. Da muss ich sagen, das ging ganz gut, denn ich hatte zwar nur eine Meldung im Gegensatz zu dieser News-Folge hier, aber die hat es in sich, denn es gibt eine neue Flugstrecke von Düsseldorf nach Mahé auf den Seychellen. Und da habe ich ein Dreifach-Interview gehabt, also mit drei verschiedenen Personen gesprochen. Einmal mit der Destination, also dem Tourism Board. Da hatte ich eine kompetente Ansprechpartnerin, die mir tolle Infos gegeben hat. Dann eine Vertreterin der Fluggesellschaft und mit dem Vertreter des Flughafens in Düsseldorf, mit dem Herrn Schnalke, das ist der Sprecher der Geschäftsführung. Also schon eine etwas höhere Position an einem Airport durfte ich da sprechen. Und das habe ich ausgiebig genutzt und ein sehr nettes Video, wie ich es selber finde, gemacht. Nordrhein-Westfalen hat mehr zu bieten als nur Düsseldorf. Da gibt es auch Paderborn, die Lufthansa-Flüge jetzt sechsmal wöchentlich nach Frankfurt. Das müsst ihr selber wissen, ob ihr das macht. Also ich empfehle, wenn man aus dem westlichen Ruhrgebiet kommt nach Frankfurt, fahrt ihr einfach mit einem schnellen ICE über Köln auf dieser Rennstrecke zum Flughafen Frankfurt. Wer es jetzt von Paderborn ein bisschen weiter hat und meint, er müsste fliegen, soll es tun. Aber innerdeutsch möchte ich darauf hinweisen, die Bahn zu nutzen, wenn es Sinn macht. Kumiso ist uns hier als neues Flugziel untergekommen. War bei mir bis jetzt auf der Landkarte auch noch nicht so präsent. Musste ich ein bisschen nachschauen. Das ist in Italien, Sizilien, also für die Sonnenfans in der sommerlichen Jahreshälfte ist das eine tolle Alternative. Wir haben hier die Meldung 1 von 2. Das heißt, es gibt gleich noch eine zweite zu Kumiso. Da fliegt die Condor hin ab Düsseldorf und ab Frankfurt. Eine Alternative wäre mit der Transavia, allerdings von Amsterdam. Da wohnen die wenigsten von uns. Wenn ihr aber die Gelegenheit habt, dann könnt ihr nach Kumiso auch mit Transavia fliegen oder ihr macht so einen Dreiecksflug München, Amsterdam, Amsterdam, Sizilien. Verrückte Kombination, aber wäre jetzt möglich. Ja, in meinen Airline News ist es so, dass ich selten die Gerüchteküche versuche mit anzuheizen. Ich wollte euch aber jetzt schon mal darauf hinweisen, dass man so die Augen etwas aufhalten sollte. Es gibt vielleicht eine neue Fluggesellschaft, die soll sich Blue Sky nennen und die würde dann aus einer Fusion von TUI Fly und Air Berlin entstehen. Ob das wirklich so kommt, das weiß keiner. Ich möchte mich nicht daran beteiligen an den Spekulationen, aber diesen Hashtag Blue Sky oder diesen Begriff, vielleicht merkt ihr euch den mal und schaut, was da noch passiert. Ob da dieses Jahr noch neue Meldungen dazu kommen oder erst im nächsten Jahr, weiß ich jetzt nicht. Schaut rein. Das war schon ein großes Thema hier hinter den Kulissen. Air Lingus, wissen wir ja, ist auch mit Langstreckenflugzeugen gesegnet. Die konzentrieren sich auch auf diesen Streckenverlauf nach Nordamerika. Die sind halt auf dem Weg von Westeuropa aus dahin und deswegen kann man jetzt hier auch in das sonnige Reiseziel Florida fliegen. Nach Miami geht es dreimal wöchentlich mit dem A330. Eine andere europäische Fluggesellschaft hat sich auch auf Langstrecken fokussiert. Das ist die LOT und die sind auch neu unterwegs. Diesmal nach Newark. Das ist ja in dem Bundesstaat New Jersey, aber für die New York Fans ist das der interessante Flughafen und das startet im April 2017. Hier hat dieser User Pietro G. eine Karte veröffentlicht. Klickt mal drauf. Da sieht man nochmal den Vorteil. Die Erde ist rund. Ja, verwunderlicherweise. Wenn man jetzt hier in Deutschland startet, macht man nur diesen kleinen Umweg nach Warschau und kommt dann sehr praktisch entweder nach Asien. Das wäre hier Tokio, Narita. Das ist dann Seoul in Südkorea oder Peking in China. Aber die Strecke hier nach Los Angeles, Chicago, YYZ ist Toronto, EWR wäre Newark oder JFK. Auch machbar mit der LOT. Auf dieser Karte sieht das recht ähnlich weit aus. Neue Fluggesellschaft. Schon wieder eine. Eben hatten wir eine in Kolumbien. Und jetzt haben wir die Nordica. Die startet im Mai 2017 von einem deutschen Flughafen, nämlich von Hamburg, geht es nach Tallinn. Wisst ihr ja, Tallinn könnt ihr auch kombinieren mit Finnland. Ihr fahrt einfach anderthalb Stunden ist das, glaube ich, mit der Fähre über die Ostsee darüber. Und die Flugtage sind hier Dienstag, Freitag und Sonntag. Also für solche Städtereisen am Wochenende kann man das nutzen. Nordica Regional Jet. Neue Fluggesellschaft. Hey, Hamburg. Noch eine neue Meldung. Und zwar TUI Fly, Boeing 737 ab Hamburg in die Sonnenziele. Ja, diese Sonnenziele, die gehen ja mit den Charter Airlines so ein bisschen unter bei den ganzen Exoten, die wir haben. Aber das ist für viele das Wichtigste. Ja, so kommt man jetzt auch nach Mallorca, nach Gran Canaria. Kanarische Inseln sind super beliebt. 2016 gewesen. Jerez, das ist im Südwesten Spaniens, Spanisches Festland. Schrägstrich Andalusien. Ja, da ist es lange warm. Das ist schon früh. Interessantes Wetter. Habe ich schon mal letztes Jahr, glaube ich, im Mai gemacht. Kleiner, übersichtlicher Flughafen. Alles easy peasy dort am Strand. Total nett. Kann ich unglaublich empfehlen. Conil de la Frontera war ich. Ja, wer da mal hin möchte, unbedingt. Top-Hotel-Empfehlung kann ich euch geben. Und Kreta ist sowieso meine Insel. Da freue ich mich immer, wenn es einen neuen Flug dahin gibt. Der geht aber wohl nach Herakl und nicht nach Hania. Die People's Reander Line, das ist ja eine Fluggesellschaft, die vor einigen Monaten damit aufgefallen ist, dass sie nur eine einzige Strecke hat, aber die geben Gas. Die sind nicht eingeschlafen, sondern die zeigen uns jetzt, was es noch alles Neues gibt. Im nächsten Jahr, 2017, geht es dann im Juni, Juli und August. Von St. Gallen-Altenrhein ist der Flughafen, also am Bodensee mit dem 3-Letter-Code ACH. Zum Beispiel nach Ibiza. Das wäre der Flugtag Donnerstag und Sonntag. Achtet darauf. Ich habe hier eine schöne Übersicht. Und da sieht man auch, dass da Reiseveranstalter dran beteiligt sind. Rombergreisen kennt man aus Deutschland. Das kann man also auf der Webseite peoples.ch oder in jedem guten Reisebüro buchen. Warum nicht? Ihr müsst nicht alles online machen. Ihr könnt euch auch im Reisebüro beraten lassen, unter der Voraussetzung, dass die Kollegen auch immer schön hier bei den Airline-News zuhören und Bescheid wissen. Ja, die Lufthansa führt den Airbus A350 ein. Das ist ein ganz tolles Fluggerät von Airbus. Und wer da mit zum ersten Mal fliegen will, da gibt es ja Fans, die das erste Beste nutzen möchten. Und da geht es von München nach Delhi in Indien ab Februar 2017. Der wird im Dezember, erscheint ja schon in Deutschland, dieses Flugzeug. Dann werden noch die Stühle, Bestellungen wird da gemacht. Und dann geht es im Februar endlich los. Da freuen sich alle im Lufthansa-Konzern drauf. Die Lufthansa, ja, ja. Ich sage das mit so einem Unterton, weil wir gerade diese Streiktage haben, die nicht enden wollen. Also, ihr müsst es wissen. Ja, von der Pilotenvereinigung Cockpit, ob es wirklich macht. Irgendwann ist mein Verständnis auch so ein bisschen dahin. Aber ihr wollt ja nächstes Jahr fliegen. Ich hoffe, ihr habt das Personal dafür und die Kondition bis dahin auch eingetütet. Es geht nach Santiago de Compostela. Nicht Santiago de Chile, sondern Santiago de Compostela. Also für die Freaks, die den Jakobsweg gelaufen sind und die Blasen an den Füßen nicht mehr weitertragen, dann könnt ihr mit der Lufthansa zurück nach Frankfurt fliegen. In den Südwesten Frankreichs geht es nach Bordeaux oder nach Schänen. Das ist auf der grünen Insel Irland. Weitere Informationen dazu im Newsroom von der Lufthansa-Gruppe. Kondor schon wieder. Hätte ich vielleicht mal zusammenlegen können. So viele Kondormeldungen. Diesmal geht es in die Karibik nach Tobago ab München und auch Barbados ist aber nicht im Sommer vorgesehen, sondern das ist wunderbar für den Winter. In die Karibik könnt ihr jetzt fliegen, wenn es euch zu kalt wird. Wetterverhersage ist ja so, dass wir jetzt Frost bald haben. Dann könnt ihr euch in die Karibik träumen und realisieren könnt ihr das mit der Kondor. Diese Meldung hat man in Deutschland gar nicht so groß mitbekommen, aber ich befürchte, dass die uns hier auch irgendwann in den nächsten Monaten oder Jahren beschäftigen wird. Denn United hat eine Basic Economy eingeführt und die schaffen es tatsächlich unter dem Ryanair-Niveau da mit zu sein. Also Ryanair hat ja 10 Kilogramm Handgepäck als Freigepäck bis zu zwei Taschen. Also man kann das aufteilen in zwei solche Rücksäcke, wie man hier auf dem Foto sieht. Und United macht das so, dass die Basic Economy das Handgepäck nicht in den Overhead-Luggage-Ablagen erlaubt. Also das ist was über eurem Kopf ist. Das ist für Basic Economy Passagiere da nicht erlaubt zu nutzen, sondern ihr müsst so kleines Handgepäck mitnehmen, dass das unter den Vordersitz passt. Ich habe so ein Handgepäck-Trolley und bei mir ist es so, dass der zwar unter den Sitz passt, aber meistens hat man dann die Füße obendrauf. Also für einen längeren Flug ganz übel. Und ja, was United macht, übernehmen hoffentlich nicht die Partner in der Star Alliance. Also da drücke ich die Daumen, dass das erstmal nur ein Versuch ist. Mal sehen, wie das sich entwickelt. Das wäre also in die Richtung ultra low cost. Ich finde die Entwicklung ein bisschen zu heftig. Iberia ab Basel-Mühlhausen. Das wäre für Personen im Südwesten Deutschlands interessant. Also Freiburger und Schwarzwälder, vielleicht noch Stuttgarter, die eine Langstrecke mit der Iberia fliegen möchten. Die haben jetzt einen Zubringerflug nach Madrid. Langstrecke Iberia hatten wir in den anderen Videos auch. Das ginge zum Beispiel nach Südamerika. Da ist die Iberia echt gut drin. So, als letzte Meldung habe ich meinen Lieblingsveranstalter. Kann man das sagen? Ja, Schau ins Land ist mein Lieblingsveranstalter. Warum? Der kommt aus dem schönen Duisburg und der unterstützt meinen Lieblingsfußballverein. Und deswegen habe ich das gerne. Gruß an Herrn Kassner. Dass ihr da aktiv seid mit der Sundair. Das ist eine neue Fluggesellschaft, die dritte neue Fluggesellschaft, die ich heute vorstellen möchte. Viele Infos habe ich noch nicht dazu. Kommt aber noch. Vielleicht machen wir mal ein Special dazu. Wir bringen jetzt nur schon mal mit, dass die ab Kassel fliegen werden. Und da geht es nach Palma, Gran Canaria, Fuerteventura. Greta hatten wir eben schon auch. Heraklion. Das ist also die Meldung mit dem Reiseveranstalter Schau ins Land reisen über die Reisebüros oder Online-Reisebüros zu buchen. Und meistens in Kombination mit den Hotels. Hoffentlich vielleicht auch den Hotels von Schau ins Land reisen. Das wäre also die ideale Kombination. Für den Flughafen Kassel, wie heute kolportiert wurde, ist das auch eine ganz wichtige und vielleicht letzte Chance, seine Daseinsberechtigung irgendwie zu erklären, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. Soviel erstmal zu meinen Meldungen. Jetzt muss ich, glaube ich, einen Schluck Wasser erstmal trinken. Meine Güte, das waren jetzt 25 Meldungen, die ich euch in so kurzer Zeit präsentiert habe. Das ist mal wirklich was ganz Neues. Vorher hatte ich eher kürzere Folgen mit weniger Meldungen und jetzt gab es die eine sehr lange für den November 2016. Ich bin wirklich darauf angewiesen, dass ihr dazu mal was sagt, ein Feedback abgebt. Natürlich freue ich mich ganz besonders, wenn ihr den Abo-Button klickt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Des Weiteren kann man ja auf Like klicken oder einen Kommentar abgeben. Das sind alles super Sachen, die den Kanal nach vorne bringen. Was aber wirklich wichtig ist, das wäre eine Weiterempfehlung von euch. Nehmt einfach den Link und packt den in eine E-Mail, sendet das an einen oder mehrere Freunde und Bekannte, wenn es wirklich für die interessant sein könnte. Das können ja Leute aus der Airline- oder Reisebüroindustrie sein. Es können aber auch Endkunden sein, die eine Inspiration für den nächsten Urlaub brauchen. Es wäre so toll, wenn ihr da ein bisschen mitmacht. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon um die 100 Leute, die regelmäßig reinhören oder bei YouTube zusehen. Die 200 Grenze wäre mein nächstes Ziel und dann wäre vielleicht für 2017 angesagt, mal 500 Leute zu erreichen. Das fände ich schon ganz klasse. Also ihr könnt mir helfen, das wäre wirklich gut und bis dahin würde ich mich freuen, dass ihr bei der Airline-News Folge 20 wieder dabei seid und ich wünsche euch einen guten Flug.